Video Marketing ist heutzutage unverzichtbar. Videos sind sehr effektiv, jedoch in der Herstellung aufwendig. Die Prignitzer Leasing AG bietet zusammen mit UniVentus Film ganz neue Möglichkeiten, um ihr Video Marketing budgetschonend zu verwirklichen. Also zunächst einmal ist das ein Angebot, welches wir erarbeitet haben in Zusammenarbeit mit der UniVentus, welches also seinesgleichen halt sucht. Demzufolge sind wir auch hier wieder treu, unserem Motto, also ein bisschen Pioniergeist halt reinzubringen in die Geschäftsphilosophie der Prignitzer Leasing AG. Die Welt wird immer schnelllebiger. Virale Videokampagnen, Kinowerbung oder markenstärkende Imagefilme, ob online oder auf Messen. Mit Videos vermitteln sie in kürzerer Zeit mehr Informationen. Nun, zunächst einmal ist uns natürlich bewusst, dass die Art der Werbung mit bewegten Bildern viel angenehmer ist, das anzuschauen. Das bleibt auch in Erinnerung und man hat ja viele, viele Möglichkeiten. Mit der Prignitzer Leasing AG und UniVentus Film haben sie die Möglichkeit, ihre filmische Produkt- oder Unternehmenspräsentation vorteilhaft zu finanzieren. Die Vorteile sind im Wesentlichen die Liquiditätsschonung im Unternehmen, dass man sofort reagieren kann. Das heißt also mit einer kleinen Rate, vielleicht im Monat, also irgendwo 90, 100, 120 Euro, halt eine Dienstleistung für sich einkaufen kann. Wenn ich das für mich zu eigen machen kann, mit der Besonderheit, dass also hier auch die Firma UniVentus auch in der Lage ist, schnell, unkompliziert, auch aktuelle Blöcke halt mit einzubinden oder einzupflegen in das, was schon mal abgedreht wurde. Und das hat natürlich einen gewissen Mehrwert. Überzeugen Sie mit Videomarketing und schonen Sie dabei Ihr Budget. Informieren Sie sich unter www.univentus.tv und www.prignitzer-leasing.de Sichern Sie sich mehr Erfolg durch bessere Präsentation und erleben Sie Erfolg durch Partnerschaft.